um werte dass die quasi und dann 3 und dann ein k3 mk3 irgendwann dauert es lange dass du den mk3 haben ganz offen wenn ich mich jetzt voll drauf konzentrieren könnte sein dass wir in den nächsten drei stunden ein haben nicht drauf ich bin reaktor dann sind zwei stunden was braucht man alles von reaktor der reaktorkammer alles machen das system da weißt du wie viel geht man not enough items ja gibt mal reaktor ein habe ich schon da hast du ja reaktor schämmer dass der mk3 noch schneller gemacht naja sieht gar nicht so schlimm aus erst mal gut und ich brauche nur raffineriertes eisen bronze und zinn und diese maschinenblock halt dann ich glaube es würde einfach alles irgendwo schon das würde auch gehen oder bronze drei blöcke brauche ich iron müssen wir halt mit einem ofen machen und haben wir auch noch acht stück hier habe ich 64 ok oder so kannst du schon mal angehen wir können ja schon mal der aktor raum bauen brüste brotter viel platz geht eigentlich aber braucht ein gutes kühlsystem der zweite ist ja noch vollkommen platz ich habe schon mal eingebaut so ist ja nicht aber ich habe gerade keine einwand also was er zur kondenten habt ab in den kondenten wir brauchen brauchen wir haben ja zwei philosophes stones wieso nicht weil einer reicht wenn man zwar nicht alles da bleibt immer übrig wenn du was aha jetzt verstehe ich das irgendwas habe ich falsch schmuck mal was ich in meinem haus mal hat was ich kondenten kann ja na 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 又 na na wert was acht musste konzert in news auch neue zäune fertig was sind denn die hatte ich in uns auch noch hin aus kann man nicht sein mal hart sortieren spitzhacke kunst schmeißen wir rein was ist gerade drin wir müssen auch noch irgendeine test voll mit koppel und so sprach sechsten und habe mir 36 gemacht dann fangen wir mit brauchen nur keine lust das ging auch schnell irgendwie nimmt da keine glas wir können einmal uranium ohren wird obwohl das brauchen wir auch in den kasten aber jetzt sind wir mal so wild jetzt nur 16 kann es nicht rechnen musste rechnen lernen das kann noch einwerfen das haben wir so fast das kommen wir werfen gas rein das war eine goldnuggets jetzt hast du Hunger oder nicht brauchen wir goldnuggets warum haben welche ich wurde vom schwein takiert nach was das stimmt Laps Lazzouli reinmachen Laps 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 Ups heißt äh ne das brauchen wir das brauchen wir ganz oft ok Timbein wollen das brauchen wir nicht so hier haben wir 45 Silberohren ne ich damit kann man gar nichts anfangen glaube ich mit Silber ich glaube das hat doch schon auch verbrennen also Dings ne ja Nikolaj hat sich komplett im Arsch ob das ne das ist doch Bescheid was wollte ich gerade machen ach ich wollte mal den Collector checken so machen wir nochmal so okay acht mobius fuel das dauert aber auf jeden fall egal dann brauchen wir auch irgendwann mal High Voltage Cables weil wir aber cool sind gehen wir direkt auf Glasfaser das ist aber ein bisschen teurer davon gesehen dass da fünf Diamanten drin ist so erst mal gar nichts jetzt glasfieberkabel 16 stück das reicht auf jeden fall erstmal nehmen wir alles wieder raus und wenn auch alles schön verkabeln also wir machen uns jetzt schon an den reaktor los doch immer schauen nuklear reaktor auch als ich fliege auf dem hässlichen haus runter das nicht schauen eine muss weg kleine kinder her fünf reaktor kann man sieben reaktor kann man insgesamt auch mehr 7 meine kontakt wenn du es verrutscht was machst du dach bauen ich dachte es soll so freiluft bleiben ja das in der mitte bleibt freiluft also mal das sind noch so kleine balkons die haben noch kein dach sieht schön aus das ist voll verwandt geld ist doch ich gefährlich ja ob verknüßt weiter und sie stellen da los und ich glaube ich muss gerade mit einer kontaktlenierung kommen wofür haben wir nicht hier noch fackeln wir haben doch hier und Bodenlichter da frage ich mich gerade mal ich darf stoppen hat auch mann und schaff ich wo auch also ich sehe kommen was aber es geht schon ja wir werden zum teufel macht immer eine Lichtscheine aus ja die fackeln sollten bleiben das war cool wenn sie dunkel ist warum soll die fackeln bleiben monster ich jetzt bin ich sicher also durch den eingang kommen sie nicht aber sie könnten ja spawnen lüge ja lüge ich schau dir deinen nukes wir sind schon weg ich bin nein nein ja ich bin tot warum bist du da runter warum nicht bist du da über einmal der stier ich weiß nicht ich bin ja also durch den pisten durchgeglitscht oder was anders anders bin gefallen jetzt muss ich auch gucken wie ich da wieder halbe runterkomme jetzt nein nein okay das war's so nicht okay ich brauch mal es da wieder ich hätte wertvolles zeug dabei glaube ich glaube ich kann sein eins muss ich behalten juli ja dauer doch kommen dann zum lück morgen schweben so mal mit dem ersten reaktor hier an so ich jetzt haben wir den Namen noch nicht deswegen brauchen wir auch das lappelumsle 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 ist die ich ich steck den Namen nicht zusammen irgendwas mit c und l dann haben wir ganz wenig stoff die müssen vielleicht mal wieder meinen willst du sein irgendwo war noch lapsnumst du hattest doch gesagt was lapsnumst ja macht ja alles kaputt ich weiß es an die mann ich bin gerade beschäftigt das nächste mal töte ich dich erledigt sich schon von allein wie selbst mörder ja darauf wollte ich hinaus old as fuck ist ja jammerschade jetzt mache ich meine second workbench eine einfache geht so nicht weiter jetzt muss ich warten auch mehr als eine jetzt brauchen wir mehr als eine wo hatte ich doch vorhin mal noch mehr hier steht noch mehr das dach ist fertig ja nicht ganz aber wenn man nicht auf die details achtet schon die was die details details die mit oder ohne die haben wir noch halbe halb stein schlips glaube nicht ich weiß es nicht was das was das ist für den der kondenser am kondensen ja aber das ist nicht so wichtig was ist genau nehmt egal habe ich gerade nicht gesehen so boah mob mich mal nicht so dagegen gib dich klar wir hatten noch vorhin irgendwie so milliarden von refined hey rind hallo holy shit das geht mir weh ich mach volles räubersteuer ach ne ich bin wieder da schön da ist sie ich freue mich auch dann ist es zeit wieder zu gehen geil dass du da warst aber dass du jetzt gehst so was macht ihr jetzt wo seid ihr dran wo seid ihr dran was macht ihr ich hab das dach fertig gemacht boah musst du hier immer rumschieben ohne witz mach hier ne treppe hin die nenn ich stille treppe und ich sag mach sitz dann machst du da sitz so guck mal da rein wo rein da wo die kiste gerade offen hast du nicht gesehen wow reactor plating fett äh scheiße ey äh kennt ihr das spiel eve online ja echt jetzt das hätte ich jetzt nicht gehört spielt ihr das nein lasst das mal irgendwie zusammen spielen alle mal wenn du es zahlst wenn du es mir zahlst boah ja positiv ich hab kein guild ne hallo kauf dir mal borderlands das ist leicht geiler das ist geiler ja das ist doch viel komplexer und alles ne es geht nicht um die komplexität es geht aber auch nicht ja aber das ist ja das kann man gar nicht vergleichen die spiele haben wir noch nicht aber borderlands ist geiler ey aber wie geil wäre das wenn wir drei in eve online das los machen würden wie geil wäre das wenn wir borderlands machen ja das wäre denn gell vor allem weil wir den borderlands schon beide haben und du nur eve hast weißt du ja das ist die aber das ding ist halt nur und du hast geld das ding ist halt ich hab keinen bock auf borderlands du weißt nicht mal was es ist klar weil sie was borderlands hast du es einzig wählt das erste hab ich gespielt ja hat mir schon keinen spaß gemacht es tut mir leid da muss ich mich jetzt outen ja viele spieler du hast es gespielt denen das erste nicht gefallen hat haben gesagt das zweite ist gut ja von mir aus kann es auch gut sein ich habe auch ein let's play angefangen zu gucken aber es interessiert mich einfach nicht fail ich hab's geschafft dich selbst selbst ja jetzt musst du es auch schaffen du dich selbst einfach auszuzutellen was du hast dich selber eigentlich gesperrt was aber du hast die tüge abwunder guck das schafft nicht jeder da muss hier hin wenn der hebel unten ist musst du ja ha cool gell wahnsinn was machst du jetzt wieder auf oh was von einfach mal runter ich bin hier im experimentieren weißt du wenn ich nichts zum parten würden wir immer langweilig jetzt da weg der ausraste alter kompletter fisch das war meine dritte alter ist klar warum hast du da immer kaputt ich mach da nicht ich habe einfach nicht zu tun deswegen mache ich das machst du hier auch eine tür oder nicht die eine war nicht unnötigkeit gut dann mache ich das auf der anderen damit ich aussieht und zwar um zu zeigen dass das sehr einfach geht jetzt mit diesen neuen wenn man das um jede ecke legen kann was abgebaut dass ich nicht bauen sollen hat alles kaputt sicher dass es da war keine ahnung und ein so genau warum warum kondenskondenser nicht mehr wahrscheinlich gerade am arbeiten ja oben am arbeiten haben wir das für reingemacht neun bei das muss ich noch wollen wir mal deinen jux zurück in dem volk platz das ist ein jux der schimmelwinter wo sind die aha meine news day ich bin euch wieder zu sehen so das ist ja was habe ich gemacht hier erraten sie doch und also erstmal also erstmal schwarz wo waren zwei reaktor chambers habe ich schon mal na gut passiert niemand gerade eben wollte alle alle und dann nicht mehr ja natürlich habt ihr die welt jetzt einmal geback upt ja das wäre ja echt scheiße gewesen heute wenn die wilde freck wäre oh das ist meine aufnahme abgestockt wie lange schon das ist nicht allzu lang aber jetzt sind alle meine festblatten voll Das heißt, wir müssen ein Ende machen Oh Hm, okay Du hast ja produktiv in dieser Episode Aufnahmesession Naja, das werden auch nochmal eine Stunde oder so, vier Folgen Naja, obwohl Ja, das sind 55 Minuten Ah, okay Warum werden das bei mir vier Folgen so? Drei Folgen? Egal, jetzt ist Ende Ich will mich ewig Blackscreen am Ende haben Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute Wir sehen uns beim nächsten Part wieder Und ja, haut rein, lasst klacken Und bis dahin, ciao Tschüss